moin leute ich weiß nicht ob dieses video noch wertvoll ist für irgendjemanden in der zukunft aber ich habe nach einer lösung gesucht hier bei youtube und bei google und ich habe absolut nichts gefunden außer dass man diese munter monika noch kaufen kann also es geht hier um diese munter monika und die sunny boy von hona und ich wollte sie sauer machen sie schon seit vielen jahren in meinem besitz ich habe noch nie eine note darauf gespielt ich habe die auch nicht gekauft diesmal irgendwann von irgendwoher hier in meinem haushalt gelandet vor vielen vielen jahren und naja dann war sie da halt so und jetzt bin ich ja kürzlich so ein bisschen auf den musiktrip gekommen mit maultrommeln dazu habe ich schon ein video gemacht wer es noch nicht gesehen hat packe ich den link unten in der video beschreibung rein also auf jeden fall habe ich jetzt diese maultrommel in die hand genommen und dachte naja ich versuche es einfach mal weil jetzt habe ich rausgefunden das ist so ein bisschen ja ähnlich wie die maultrommeln dass die maultrommel eine zunge hat und die munter monika halt mehrere zungen und dass sie ein kleines bisschen anders eben halt aufgebaut ist aber ja gut ja also habe ich sie rausgeholt und wollte mal drauf spielen ja und ich spiele euch mal ganz kurz was vor also ich kann nicht spielen aber ich zeig euch mal wie sie sich anhört also ganz schrecklich eigentlich überhaupt nicht mehr sie ist komplett dicht spielt überhaupt nichts mehr ich habe schon versucht sie im ultraschallgerät was hier steht sauber zu machen ich habe sie schon einmal gebadet ja aber es hat nicht so viel genützt also ein bisschen dreck ist rausgekommen was hat nicht wirklich was genützt also habe ich versucht sie aufzuschrauben aber bevor ich dazu was sage also ich habe jetzt mir natürlich ein paar videos angeguckt wie man so eine mundharmonika behandelt und da heißt es ja also im großen und ganzen braucht man so eine mundharmonika eigentlich gar nicht auseinander schrauben es reicht wenn man sie gespielt hat dass man sie mit warmem wasser oder mit wasser allgemein ausspült damit der speichel der durch das spielen reingekommen ist wieder rausgewaschen wird weil der speichel sorgt halt dafür dass die mundharmonika im laufe der zeit hier sich zusetzt mit speichel und korrodiert und dann eben halt nicht mehr so schön ist also das heißt normalerweise brauchen wir nichts machen aber dieses ding weiß der hänger wie lange es irgendwo rum lag spielt hat gar nichts mehr gut mundharmonikas kann man normalerweise aufschrauben hier so an den seiten und auch diese hier ich hoffe ich kriege im fokus bei dieser hier sind halt so schrauben aber lasst euch mal nicht fuhlen denn das sind keine schrauben das sind tatsächlich hier so eine mini nägel oder mal ich habe schon einen raus gepult hier so winzig winzig kleine nägel sind da drin so und die kriegt man jetzt eben halt ganz einfach so raus indem man hier einfach drunter geht das ein bisschen anhebt vorsichtig mit einem schraubendreher damit dieser niet ein bisschen raus kommt also jedenfalls habe ich das jetzt so gemacht und dann einfach mit einer zange schnappen und rausziehen fertig das war's und das mache ich jetzt mal mit beiden seiten und dann gucken wir mal wie sie von drinnen aussieht also ich meine ich kann nicht mehr viel kaputt machen weil sie ist ja schon kaputt sie spielt nicht mehr ich würde versuchen dass ich sie wieder spielbar machen kann und ich muss sagen ich bin hier der absolute noob ich habe mit diesem gerät absolut keine erfahrung ich habe sowas auch noch nie auseinander genommen das ist auch für mich ein erstlingswerk hier gut so ich habe alle vier nägel raus jetzt kann ich die seiten abnehmen hoffe ich oder so man sieht schon sie ist von der noch angegrabbelt und alles also ich werde das auch nachher noch mal ein bisschen probieren ich tue die beiden seitenteile mal beiseite hier so und das ist jetzt das in der ok gut und da sieht man schon das ding ist hart an korrodiert die muss also tatsächlich erst mal kräftig gereinigt werden und das werde ich jetzt mal versuchen indem ich hier vorsichtig immer in diese richtung mit einem feinen schmirgelpapier versuche den rost ein bisschen weg zu machen so niemals so weil dann könnten sich diese dinger hier verstellen ja ich habe auch schon angeguckt wie man das ding wieder zum klingen bringt also eigentlich soll man da gar nicht so großartig rumpolieren sondern man soll so eine zunge nehmen so eine metall zunge ich habe so was tatsächlich da jetzt nicht unbedingt so ein gerät um eine mundharmonika zu reparieren aber von einem akten ordner und das ist relativ ähnlich das versuche ich jetzt mal so man kann hier halt versuchen und ja man hört schon hier geht gar nichts das ist die dinger sind komplett angerostet ja naja gut ich werde das hier mal mit einem schmierglas versuchen mal sehen wie weit ich komme so ich habe jetzt so ein bisschen 200er schmirgelpapier damit werde ich das jetzt einfach mal probieren so so ja wie ihr seht kommt da ganz schön schmutz raus also wer auch immer diese mundharmonika vor mir gehabt hat 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 sie nicht wirklich pfleglich behandelt das muss man ja mal sagen ich meine ich habe sie gar nicht behandelt in meinem leben nie benutzt aber vielleicht wenn sie spielt vielleicht ändert sich das ja noch na gut ja 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 ich versuche jetzt von innen die zunge hier so ein bisschen nach oben zu drücken also der spalt soll nach möglichkeit sehr geschlossen sein was er hier auch noch ist aber ich sollte schon in der Lage sein so ein dünnen plättchen da unter zu kommen um das ding hier klingen zu lassen und sollte es nicht klingen so hat es in anderen tutorials geheißen soll man das halt auch gerne nochmal zehnmal oder was wiederholen bis es wieder klingt also was heißt klingt aber so dieses blick was ihr jetzt gerade schon gehört habt das war schon gar nicht ganz so falsch glaube ich plop 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 hier bei dem zweiten kann man es nicht das ist hier irgendwie anders geregelt da geht sie irgendwie nach innen Aber das ist ja auch okay. Ich darf nur nicht zu doll drücken, nicht dass ich es zu weit nach innen rein drücke und der Spalt zu groß wird. Das ist ja auch okay. Also wie ihr hört funktioniert das tatsächlich. Aus einem sehr stumpfen und dumpfen Ton wird, nachdem man die Zunge hier drin ein bisschen bewegt hat, doch wieder ein einigermaßener Ton. Sehr erstaunlich. Klock. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jo, auch jetzt ist noch mal wieder eine kräftige Dosis Schmutz da rausgekommen. Also Leute, ich werde hier noch mal ein bisschen jetzt dran rummachen, werde sie noch mal ins Ultraschallbad reintun und dann zeige ich euch mal das Ergebnis, was nachher letztendlich draus geworden ist und wie sie klingt. So, ich bin fertig mit meiner in Anführungszeichen Reinigungsaktion und naja, man kann mit Fug und Recht sagen, die Sonny Boy ist glaube ich eigentlich schon irgendwie Fünnmüll. Also während ich sie sauber gemacht habe, erstmal habe ich hier mit dem Schraubenzieher ein bisschen den gröbsten Rost weggekratzt, dann mit Schmilgelpapier ein bisschen fein gemacht nochmal. Beim Schmilgelpapier, also beim Schmilgeln ist mir eine der Zungen hängen geblieben, die hat jetzt einen ganz kleinen Knick, aber das ist gar nicht das Schlimmste, diese hier. Aber das ist gar nicht das Schlimmste, weil also beim Saubermachen mit der Zahnbürste nach dem Ultraschallbad sind mir hier so ein paar von diesen Dingern rausgebrochen, wie ihr sehen könnt. Eins, zwei, drei, vier Stege. Die sind jetzt nicht komplett weg, aber sie sind so ein bisschen weg. Und das ist halt auch nicht so toll. Ja, aber nichtsdestotrotz, hört euch nochmal an, wie sie eben geklungen hat. Und so klingt das Ding jetzt. Sie schmeckt muffig, alt und wie ihr hören könnt, sind die Töne immer noch nicht so wirklich gut. Das ist alles hier schon ein bisschen arg zuverrostet. Aber sie klingt besser wie vorher, aber nichtsdestotrotz, also ich baue sie jetzt wieder zusammen. Aber so spielen werde ich die wohl nie. Aber macht nichts. Ich habe tatsächlich noch eine zweite Mundharmonika. Das ist allerdings keine Hona, sondern eine Victory. Ja, jetzt natürlich. Ich habe auch keine Ahnung, wo die herkommt. Die habe ich mir nie gekauft, aber die ist in einem wesentlich besseren Zustand. Und die klingt auch noch vernünftig. Vielleicht gelingt es mir ja, in Zukunft auf der was zu spielen. Ja, also hier funktioniert noch alles einwandfrei. Ich denke, mit dem Ding werde ich mich, wenn überhaupt, in Zukunft auch noch beschäftigen. Ja, eigentlich wollte ich euch nur zeigen, wie man hier die Verblendung abnimmt. Jetzt habe ich herausgefunden, dass das ganze Ding total im Sack ist. Aber trotzdem danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und vielleicht dem einen oder anderen hilft es ja auch in Zukunft noch. Jetzt weiß er, dass diese Schrauben an der Seite nicht rauszuschrauben sind, sondern das sind kleine Nägel. Ja, und das war's. Dann bis zum nächsten Video, Leute. Einen schönen Tag noch. Ach ja, und dann habe ich noch eine Mundharmonika. Ja, und zwar diese hier. Ich glaube, das ist die kleinste Mundharmonika, die es gibt, die man so spielen kann. Ja, ist auch wieder von Hohner. Und die habe ich mir tatsächlich mal gekauft. Und zwar in Salzburg, in Österreich, am Mozarthaus. Ja, und die hat bloß vier Sounds. Und das war's auch schon. Ich weiß nicht, ob man mit dem Ding überhaupt irgendein Lied vernünftig spielen kann. Aber es ist eine Mundharmonika. So, jetzt aber wirklich danke fürs Zusehen und tschüss. Zusehen und tschüss.